Erstmal ein Applaus von uns, an euch mit mir herzlichen, an das was für euch. Okay, ich glaube, wir zeigen euch in dem Punkt schnellen Break, das ist natürlich die Show. Ich glaube, wir haben hier zwei Räume in der Regel. Die erste Regel, ihr habt plötzlich, was hier passieren kann. Ganz einfach, die zweite Räume in der Regel, ist das schon scheiße? Ja, aber verdammt gut, danke. Nun seid ihr an der Reihe, Leute, Hände raus und klatschen. Okay, kommen wir nun für unsere drei internationalen Superstars. Der erste, als du drei Kilo seine rausgebracht, rettet wieder gerne mal diese Welt. Meine Damen und Herren, einen Applaus für Superman. Nein, 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 Leute, mit etwas mehr Überzeugungskraft, also nochmal, einen Applaus für Superman. Der zweite Runde, der große Bruder von Bruce Lee, einen Applaus für Müski. Okay, jetzt als meine Gäste, die heutige Vorstellung. Ich habe es geschafft, sie euch nach Berlin zu holen. Die schönste, aber auch, hässlichste Person der Welt. Einen Applaus für Lady Gun. Matthias und Boote. Ich bin der Präsident der United States of America. Die Leute machen ein paar Geräusche für Barack Obama! Das war's für uns im Summonen. Ich finde das lustig. Das war so lange so, oder? Ja. Das war so lange so, oder? Das hat was mit Klobberbeherrschung zu tun. Ja. Du bist rein. Juhu, Applaus! Juhu, Applaus! Juhu, Applaus! Juhu, Applaus! Juhu, Applaus! Musik Applaus 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 Und wir werden Sie auf meiner Beerdigung Applaus Also alle mit zusammen mit klatschen Applaus 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 Das war Handy Applaus 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 Applaus